Wir sind hier in Amerika, hier gibt es keinen von beiden. Wir essen Träger. Deswegen habe ich mit Fisch gebracht. Und ich Tacos mitgebracht. Haben Sie chronische Erkrankungen oder nehmen Sie Medikamente? Nein. Haben Sie keine Pigment-Styro? Ich habe etwas Sonnencreme aufgetragen, diese war sehr günstig und vielleicht auch mich jemand verarscht hat damit, aber ich kriege die Farbe nicht mehr ab. Ja, das können wir versuchen gleich mal zu beheben. Okay, wenn Sie keine Krankheiten haben oder andere Sachen nehmen, keine Medikamente, dann würde ich Sie immer bitten, dann machen wir einmal eine Untersuchung. Einfach mal hierher kommen und den Windows-Muskel machen. Wir können hier einmal den Windows-Muskel, einfach einmal hier den Windows-Muskel, genau. Egal, mach die Beine breit. Kriege ich jetzt Schlange in den Arsch. So ähnlich, so ähnlich. Wir machen das nicht mit Schlangen, wir machen das mit Schläuchen. Oh, die schwarze Anaconda. Ich kenne das. In Russland, wir machen auch mit Schlauch. Mal kurz einmal in den Abflug, gucken, ob die Bandwürmer haben. Das ist ein sehr großes Problem bei uns. Ich schau mal nach, warten Sie. Passen Sie auf, da ist schon einiges verschwunden da drin. Ich störe mir mal lieber Handschuhe an. So, dann machen wir nochmal. Hey Kollege, mein Arschloch bleibt Ausgangsloch und wird niemals Angangsloch, okay? Ja, ja, kein Problem, nur ganz kurz. Da haben wir den Schwabiner ja schon. Hey, gib zurück, Mann. Wodka-Vorrat. Äh, das ist mir eher nach einem Bandwurm aus. Ach du Jesus. Ich tüte den mal kurz ein. Ich tüte den mal kurz ein. Sollen Sie den Bandwurm behalten, dann müsste ich den einmal chippen lassen. Das würde 15 Dollar kosten. Wenn Sie ihn ins Tierheim schicken, würde das auch ebenfalls 15 Dollar kosten. Mach das Scheiße, die kaputt. Kann man nicht einfach runterspülen in den Klo? Äh, das wird schwierig. Wir haben keine Klos. Äh, muliert dir's. Mir egal, mach was du willst damit. Kannst dir auch ein Regal stellen. Okay, mach ich mal. Okay, mach ich mal. Sind wir schon was? Dann schreibe ich noch den Namen dazu. Ja, bist du Uwe. Äh, warte. So, jetzt war er verschüttet und ins Regal gestellt. So, das macht dann einmal für Sie 15 Dollar erstmal, weil ich den behalten muss. Aber ich kriege 15 Dollar. Sehr schön. Ist ein gutes Souvenir aus Moskau. Oh, ich weiß nicht, kurz. Gib dir mir jetzt 15 Dollar. Ich wollte ihn mal ganz kurz. Könnt ihr einfach kurz aufstehen? Äh, yeah. Windows wieder, oder? Sie haben geklaut mir Blut. Oh, ich bin fertig. Ja, ich wollte ihm gerade Blut abnehmen. Ich will Leber behalten und Nieren auch, bitte. Nicht abnehmen. Ja, ich hab ja nur... Was macht der mit mir? Der tötet mich, Alter. Ihr Blut genommen und Wortsetzter zu untersuchen. Ich bin mit der Nadel noch nicht so geübt. Ich sehe, ganz beinvoll mit Blut. So, müssen wir kurz festlassen in der Zeit. Ich krebe Ihnen noch einen Cluster auf. Wir haben nur Hello Kitty-Clusters. Ist das für Sie okay? Da, da. Noch mal bitte auf Deutsch. Könnt ihr das übersetzen daher? Ähm, er sagt sehr gerne, er mag Hello Kitty. Aber eigentlich nur die russische Version. Bliatkitty. Bliatkitty. Ich bin mit dir genug dabei jetzt. Genau. Ah, okay. Kriegen wir hin. Bleib ich noch drauf mal. Das ist sehr nett. Das ist sehr nett. Oh, das ist sehr nett. Ich war, hat immer sehr empfindliche Gefühle. Ja, ja, dann machen wir da noch was gegen das Gesicht. Warten Sie kurz. Da hilft nicht arg viel, außer Schleifstein. Ah, erst mal mit dem Personalausweis. Entschuldigung, ich habe auch... Der ist Praktikant, Alter. Wir werden hier von dem Praktikant. Der übt doch nur, Alter, bei uns. Was redet er wirklich? Rosa Ferkel. Was heißt der, Alter? Ich weiß. Ich könnte es doch nicht lassen, da ranzugehen. Wird jemand, der Rosa Ferkel heißt. Der Herr davon hat wegen ihr Gesicht... Keine Ahnung, was man das nennt. Ja, gegen ihr Gesicht kann man nichts machen. Also wenn ihr Rest ihres Lebens so rumlaufen müssen. Ich hoffe, es ist für sie okay. Ja, ich meine, ich habe immerhin ein paar Rubel gespart bei Kauf von Sonnencreme. Damit kann ich leben. Ja, okay. Sie sehen ja dann auch nicht besser aus als Putin. Putin ist mein Onkel. Ich wäre vorsichtig. Wie kann ich aufstehen? Ich bin sehr müde und kaputt irgendwie. Oh, oh, oh. Alter. Ja, aber ihr seid natürlich mal ganz kurz hier. Was macht der, Alter? Oh, Gott. Entschuldigung. Mit dem Marsgradmuskel wäre das möglich. Ja, ich sehe, ich verstehe. Genau. Dann können sie einmal wieder nach vorne gehen. Dann würde ich noch mit dem Kollegen getranken. Ah, warte, ich muss hier noch eine Rechnung ausstellen. Ja, ich will noch Geld für meinen Wurm haben. Ja, bei welcher Krankenkasse sind sie denn? Dann sind sie gar nicht krank. Was ich habe. BKK-Bullet. BKK-Moskau. Ja, ich schicke ihnen das ein. Ist locker. Die übernehmen auch Auslandsaufenthalt. 5000. 5000 Dollar. Wie viel Rubel ist das gleich? Äh, keine Ahnung. Ich bin Arzt. Mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Die Kante lehrt. Und wo ist Geld für meinen Wurm? Little, little Vladimir. Ich habe dir vorhin Geld für ein Auto gegeben. Gib dich zufrieden. Okay, vielen Dank. Paschus, paschiba. Ich gebe Ihnen noch einmal Wodka, dann sind sie ruhig. Ja. Also, wie du da liegst, Alter. Eine Gull. Wodka, Gull. Ja, Wodka. Sehr lecker. Dankeschön. Das ist ein Rot hosting. Das ist узнаelt. Vielen Dank.